Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Suchen Sie nach einem natürlichen Heilmittel, das Ihren Körper von innen stärkt und vielseitig einsetzbar ist? Dann bleiben Sie dran! Heute erfahren Sie alles über den sogenannten König der Heilpilze, den Reishi. Reishi ist ein Pilz, der seit tausenden von Jahren in der traditionell chinesischen Medizin eingesetzt wird. Aber was macht ihn so besonders? Die faszinierende Wirkung des Reishi beruht auf einer Kombination von bioaktiven Inhaltsstoffen, die tief in den Organismus eingreifen und verschiedene Prozesse regulieren. Besonders hervorzuheben sind die enthaltenen Polysaccharide und Triterpene. Diese wirken entzündungshemmend, stärken das Immunsystem und fördern die Zellregeneration. Polysaccharide, vor allem Beta-Glucan, sind starke Immunmodulatoren. Das bedeutet, dass sie das Immunsystem nicht nur stimulieren, sondern auch ausbalancieren können, je nachdem, was der Körper gerade benötigt. Sie fördern die Produktion von weißen Blutkörperchen, was die Abwehrkräfte gegen Infektionen stärkt, während sie gleichzeitig überaktive Immunreaktionen wie bei Autoimmunerkrankungen dämpfen können. Die Triterpene, eine weitere wichtige Substanzklasse, haben ausgeprägte entzündungshemmende Eigenschaften. Sie hemmen die Produktion von entzündungsfördernden Botenstoffen wie Zytokinen und Prostaglandin, was besonders bei chronischen Entzündungen, wie sie bei Arthritis, Asthma oder Allergienvorkommen hilfreich ist. Gleichzeitig wirken sie antioxidativ, das heißt, sie schützen die Zellen vor oxidativem Stress und verhindern so Zellschäden, die durch freie Radikale verursacht werden. Ein weiterer faszinierender Aspekt des Reishi ist seine adaptogene Wirkung. Als Adaptogen hilft Reishi dem Körper, besser mit Stress umzugehen. Dies geschieht durch die Regulierung des Cortisolspiegels, eines der wichtigsten Stresshormone. Ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel kann zu einer Vielzahl von Problemen führen, darunter Schlafstörungen, Gewichtszunahme und ein geschwächtes Immunsystem. Reishi wirkt hier wie ein Puffer, der das Cortisol-Level ausgleicht, die Nebennieren stärkt und so die Stressresistenz erhöht. Auch für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen bietet Reishi großes Potenzial. Der Pilz kann den Blutdruck und das Cholesterin auf natürliche Weise senken, was das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen reduziert. Besonders interessant ist dabei, dass Reishi die Elastizität der Blutgefäße verbessert, wodurch die Blutzirkulation gefördert und die Belastung für das Herz gesenkt wird. Reishi kann sowohl das Immunsystem stärken als auch regulieren, was ihn besonders bei Menschen mit wiederkehrenden Infektionen, chronischen Erkrankungen oder einem geschwächten Immunsystem interessant macht. Bei Autoimmunerkrankungen wie beispielsweise Lupus oder Rheumatoide Arthritis kann er helfen, die überschießenden Immunreaktionen zu dämpfen, wodurch die Symptome gelindert werden. Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet sind Atemwegserkrankungen. Reishi hat sich bei der Behandlung von Asthma, Bronchitis und anderen chronischen Atemwegserkrankungen als hilfreich erwiesen. Seine entzündungshemmenden Eigenschaften können die Schleimhäute der Atemwege beruhigen und Entzündungen reduzieren, während seine immunmodulierenden Effekte den Körper bei der Abwehr von Infektionen unterstützen, die oft mit diesen Krankheiten einhergehen. Reishi spielt zudem eine Rolle in der Krebstherapie, besonders als begleitende Maßnahme zu konventionellen Behandlungen. Es gibt Hinweise darauf, dass er das Immunsystem stärkt und so die körpereigene Abwehr gegen Krebszellen mobilisiert. Er wird oft bei Krebspatienten eingesetzt, um Nebenwirkungen von Chemotherapie und Bestrahlung abzumildern, da er die Regeneration des Körpers unterstützt und die Erschöpfung bekämpft. Neben diesen klinischen Anwendungen wird Reishi häufig von Menschen mit chronischem Stress, Schlafstörungen und Erschöpfung genutzt. Als Adaptogen hilft er dem Körper, besser mit emotionalen und physischen Belastungen umzugehen, den Schlaf zu verbessern und das Energieniveau zu steigern. Gerade Menschen, die unter stressbedingten Symptomen wie Bluthochdruck, Reizdarmsyndrom oder Schlafproblemen leiden, können von den beruhigenden und ausgleichenden Effekten profitieren. Ein weiteres spannendes Einsatzgebiet ist die Hautgesundheit. Reishi fördert die Wundheilung, wirkt entzündungshemmend und antioxidativ, was ihn zu einem wertvollen Mittel bei Hautkrankheiten wie Ekzemen, Akne und Psoriasis macht. Die Haut wird von innen heraus regeneriert, was zu einem klareren, gesünderen Hautbild führt. Für Sportler ist Reishi ein echtes Multitalent. Durch seine adaptogene Wirkung unterstützt er den Körper bei der Anpassung an physische Belastungen und hilft, Stresshormone wie Cortisol zu regulieren. Das ist besonders wichtig, da intensives Training zu erhöhten Cortisolspiegeln führen kann, was wiederum den Muskelaufbau hemmt und die Regeneration verlangsamt. Reishi wirkt hier als natürlicher Puffer, indem er das Cortisollevel senkt und so die Regeneration fördert. Reishi hat zudem eine entzündungshemmende Wirkung, die Sportlern hilft, sich schneller von Muskelschäden und Mikroverletzungen zu erholen, die beim Training entstehen. Diese entzündungshemmende Eigenschaft ist besonders wertvoll nach harten Trainingseinheiten, da sie die Erholungszeit verkürzt und Muskelkater reduziert. Für Athleten, die regelmäßig und intensiv trainieren, ist das ein entscheidender Vorteil, da sie schneller wieder auf höchstem Niveau performen können. Ein weiteres Highlight ist die Verbesserung der Sauerstoffversorgung. Reishi fördert die Durchblutung und erhöht die Sauerstoffaufnahme im Körper, was die Ausdauer und Leistungsfähigkeit steigert. Gerade Ausdauersportler können von dieser Wirkung profitieren, da der erhöhte Sauerstofftransport die Muskulatur besser mit Energie versorgt und Ermüdung hinauszögert. Sportler, vor allem während intensiver Trainingsphasen oder Wettkampfvorbereitungen, haben oft ein geschwächtes Immunsystem und sind anfälliger für Infektionen. Reishi stärkt die körpereigene Abwehr und schützt vor häufigen Erkältungen oder Infekten, die Training und Fortschritte beeinträchtigen könnten. Zusätzlich hilft Reishi dabei, den Schlaf zu verbessern, was eine oft unterschätzte, aber entscheidende Komponente für die sportliche Leistung ist. Er fördert nicht nur einen tieferen, erholsameren Schlaf, sondern unterstützt auch die nächtliche Regeneration, da in dieser Zeit Wachstumshormone freigesetzt werden, die den Muskelaufbau und die Reparatur von Gewebe fördern. Insgesamt bietet Reishi also eine Kombination von Vorteilen, die für Sportler auf allen Ebenen, von Hobbysportlern bis zu Profis, wertvoll sind. Ob es um schnellere Erholung, eine stärkere Immunabwehr oder gesteigerte Ausdauer geht, Reishi ist ein natürlicher Begleiter für all jene, die ihre sportlichen Ziele langfristig und gesund erreichen wollen. Die Dosierung hängt von ihrem individuellen Bedarf ab, aber allgemein wird empfohlen, mit etwa 1,5 bis 3 Gramm pro Tag zu starten. Wichtig ist, Reishi über einen längeren Zeitraum regelmäßig einzunehmen, da seine Wirkung nicht sofort, sondern schrittweise einsetzt. Auf unserem Kanal finden Sie noch viele weitere spannende Informationen und Gesundheitstipps. Abonnieren Sie uns und aktivieren Sie die kleine Glocke. Teilen Sie auch gerne Ihre Erfahrungen und Fragen unten in den Kommentaren. Wir freuen uns über Ihr Feedback und ein Like. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei – durch und durch gesund.